Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Watch of the Lamp Ich habe jetzt eine ganze Weile nicht aufgenommen, weil ich keine Zeit dafür hatte, durch meine Spätschicht Und dafür nehme ich heute mal wieder ein bisschen auf Und wünsche euch viel Spaß, oder so, keine Ahnung, was auch immer Vorher viel zu viel Quatsch, fangen wir mal einfach an Ich kann das eh nicht, also So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie das war Ich kratze bestimmt viel zu schnell wieder ab Wie die letzten Male Natürlich nirgends noch was drin, war ja irgendwie klar Schlüssel und eine Bombe Ah ja Wir haben noch keine Kohle Wie man's kennt Könnt ihr auch immer in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt Und Ob ich das sogar Spaß bringe, wenn ich an Dauer nur am Fällen bin Das könnt ihr aber mal reinschreiben Was ist das denn für eine rote Träne? Die Last Okay Ist das jetzt gewagt? Ich habe echt wirklich keine Ahnung, was die Teams alle bringen Das war ein kleiner Film Gestört du Fiech Ah, jetzt bin ich vorrangig heran Scheisse Na gut Holen wir uns die Bomben hier Zack, zack eine verschwendung um eine neue zu kriegen aber naja haben wir uns das herz hier schauen wir hier einfach nochmal aufs gut glück cool ein mushroom was bringt der? ach jetzt liegt mir ein pilz hinterher was bringt der denn? naja, kein Schimmer je, spinne was ist das denn für viel? naja ist klar das teilt sich auch noch los, wir sterben geht doch dann wollen wir mal weiter gucken ob wir noch irgendwas finden da ging das ja noch hoch ach so naja ui, das ging ja schnell das hat sich ja gelohnt das ist ja mal was sonst gab es ja nichts mehr ok dann wollen wir mal gucken wer der boss ist irgendwie ein hässiger vogel wahrscheinlich wieder also so wie immer ah widow die springende spinne wow ouch wow hau ab hau ab hab ich gesagt aber du auch bleib weg weg von mir ich hab gesagt bleib weg von mir ja stirb sterb 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 ich hab gesagt sterb sterb na geht doch Hier ist hier ein kleinhänzigen Viecher noch. Mams Geldbeutel. Irgendwelche Pillen. Äh, hat er gar nichts gebracht. Pff, jetzt wurde ich auch noch teleportiert. Toll. Brauche ich hier gar nicht mehr rein. Ich kann ja auch immer nur eine Pille nehmen. Full Heal. Und... Ui, jetzt habe ich Fliegen an mir. Gut, ach scheiße, falsch gezählt. Kann auch nur mir passieren. Mein Gott. Und tschüss. Naja, gehen wir mal wieder lang. Fliegen, Attacke. Ach, die Fliegen opfern sich auf. Auch nicht schlecht. Boah, das war ja einfach eben. Ah ja. Na dann, was das auch immer war eben. Stört. Bleibt doch mal stehen. Damit ihr euch töten könnt. Stehenbleiben. Ja, vielleicht stehenbleiben. Okay, doch. Was ist das denn? Toad Picks? Tears up. Ah ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es bringt. Mehr Damage. Na dann. Wir waren ja schnell erledigt. Stirb. Stirb. Haben die sich eben eigentlich selbst vernichtet oder was war es? Na ja. Keine Ahnung. Okay. Man kann ja keinen fragen, was was bringt. Das ist das ja. Tears up. Ja. Damage. Cool. Ne, wir halten uns die Bombe mal auf. Zombies. Autsch. Ich kann auch noch voll in den rein. Blöd kann doch nur ich sein. Na geht doch, eine Bombe. Na ja. Mal gucken. Schade. Snacks. Hat ja sein können. Gehen wir mal da lang. Und wie Spaß das bringt immer mit sich selbst zu reden. Stirb. 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 Schön wenn man so viel Angriffskraft hat. Auch geil. Einmal vorher getroffen und schon. Oder zweimal und schon raus. Ha. 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 Einfach wenn man außer Reichweite ist. Ja. Und ein Schlüssel. Meine letzte Bombe. So. Das bringt ja was. Stirb. Fliegen. Stirb. Zack. Und noch ein Schlüssel. Was kann ich mir denn holen? Jetzt brauche ich ihn. Weil ich könnte mir die Leiter holen. Ich glaube die hol ich mir ab. So. Die kann man ja immer gut gebrauchen. Ne. Ich geh noch nicht dahin. Irgendwo ging das ja noch weiter. Oder? Ne. Das war es ja schon. Noch keine Bomben mehr. Naja. Na. Bin ich mal gespannt wenn es kommt. Larry Jr. Ja. Ist klar. Unsere kleine Hosenscheiße. Boah. Der erste ist erledigt. Das hat er also gebracht. Eben. Nicht schlecht. Glocke. So. Schöne. Ich zeige euch. Schöne. 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 Das macht ja immer einen Stoff. Ach. Schöne. 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 level und ich komme ja dieses mal ganz gut voran komischerweise gegensatz zu sonst immer immer mal da lang klingende köpfe das ist cool ich bin so doof bin ich doof soll sterben ist das severs ist das keine ahnung wird sich wieder ein dann brauchst du noch gut glück vielleicht ist das ja was gutes stirb stirb geht doch küsst mich nicht küsst mich nicht und ich krieg aber dich oder auch nicht jetzt küsst du mich toll was ist das denn naja zwei auf straits keine ahnung was das ist gebracht was sind das für komische dinge überhaupt ja geht weg fast geht weg ouch toll das hat ja eben voll was gebracht sind irgendwie komische scheiß dinge nur die durch die gegend fliegen ist klar hat die worden ist ganz schnell weg naja hat sich ja echt gelohnt und das noch wahrscheinlich weil ich noch keine vollen leben hat scheiße Hilfe bleib weg bleib weg von mir bleib weg habe ich gesagt weg mit dir stirb und erledigt dinge einfach nur wenn er hinterher rennt steers ab naja dann mal weiter hab da unten irgendwelche es wie wärmer kill dann ist das einfach ich spuck mir auch nur durch die gegend sterb man war das einfach so was haben wir denn hier die karte kann ich nicht und ich habe noch gar keine münzen toll bringt ja viel das ist scheiße wenn man hier nix findet dann cool uah zoll ouch da bin ich fast gestorben mein gott lass mir die doch mal das ist doch kacke das ding jetzt geh auf geht doch was kommt hier auch fliegen erst fliege fliegen boah ach toll und jetzt bin ich tot ach cool der pilz belebt sich wieder ich dachte schon ich wäre jetzt echt game over ja scheiße wenn man von den fliegen in die engel getrennt wird eine sanduhr ist ja ein glas ist das wohl überringend hab echt keine ahnung so wie ich das dann da und sagte also ich keine ahnung hab sterb sterb so boah das ist mies so erledigt auch eine süße münze erstmal gucken ob ich irgendwo noch nicht war hab da nur grad keine ahnung ich glaube aber ich war überall macht das jetzt eigentlich was da hinten schon ich glaube da komme ich noch gar nicht rein ne ist noch zu toll ich glaube aber erst wenn ich voll leben habe komme ich da rein naja schauen wir mal ach und eine frage an meinen zuschauen was für ein let's play würdet ihr euch dann von mir wünschen mal sehen ob ich das dann machen kann gegen piep macht er sich in die hosen oder was eh das sieht echt so aus eh der pinkelt sich ein na lecker ach das ding teleportiert mich raus toll na gut wieder rein da ach dadurch ist er langsamer durch die sand nur geil schaden zu füllen eh aus aus der pinkel lauf rum zu pissen hässiges Vieh mal ein bisschen einfacher ist der ja schon ne wow es schießt auch noch sein hässiges Auge ouch dann springt vor auf mich rauf nur weil ich mich aufs Auge konzentriert habe toll scheiße und hier werde ich diesmal sterben das weiß ich jetzt schon dein Auge vor ungefähr und jetzt war es wirklich ok leute dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bei The Binding of Isaac tschau